Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir Pyronik. Heute im Test die MIG-Kanonenschläge. Vermarktet werden die Kanonenschläge von der Firma Xplode Feuerwerk. Produziert werden sie in Deutschland von der Firma Sauerfeuerwerk. Weswegen sich auch der Preis von einer Packung mit drei Stück auf ungefähr 6 bis 7 Euro beläuft. So, jetzt ein MIG-Kanonenschlag von Xplode. Ich bin mal gespannt, ob die gut sind. Ja, die sind richtig gut. Aber leider ist die Verarbeitung nicht gut. Noch einer der im MIG-Kanonenschläge? Nicht schlecht. Körbe. Also hier sind wirenc kasni. Somit am Ende über die Mitigenkonschläge.